Hallo! Wir befinden uns im El Toro Tapas in Mayerhofen. Ambiente cool, wie es ein Steakhouse sein sollte. Ein spanisches Steakhouse. Coole Auswahl. Geile Qualität. Aus Vorspeis haben wir so Olio mit Oliven und Weißbrot. Schmeckt geil. Der Simon haut sich Chicken Nuggets rein, selber gemachte Chicken Nuggets. Und Wommes. Wommes. Und la Mama hat sich die Kroketten geschnappt mit Schinken, Fisch, Käse. Also alles mögliche drinnen. Und der Papa kriegt ein großes Steak. Ein Riesen- Nein, nicht ein Steak. Entschuldigung. Ein Burger. Ein Riesenburger. Und ein Riesenburger. Wenn wir uns jetzt mal anschauen. 300 Gramm argentinisches Rindfleisch drinnen. Ich lass mich überraschen. Video. Mach anschließend dann ein Video, wie es ausschaut, um euch das kurz zu zeigen. Also.